. Erstmal Servus miteinander. Heute sind wir ins Schwein. Geile Boden, wie ihr es seht. Zeig es mal kurz. Wir gehen uns in den Kumpel ziehen. Dann gucken wir mal was abgeht. Manu hinter der Kamera. Servus. Auf jeden Fall wildes Wetter. Und gut. So, jetzt müssen wir ausladen. Kisten. Schon eine kleine Ordnung rein. Kann ich nicht raus suchen. Na egal. Ja. Bis jetzt ist noch alles sauber. Und frisch. Nachher sieht es ganz anders aus. Wir haben raus. Ruhe. Schreifen wir noch. Ganz gut. Drück zu den Schalukke. Jetzt wird richtig dick geheizt. Deutscher Masakke. Jetzt hatten wir unsere Bikes, danach fahren wir los, wir haben einen guten Ritt. Mittag! Ich muss echt mal wieder ein bisschen was nehmen. Trag mal der erste Rekord. Das ist aber ein krabbes Ding, leck mir am Arsch. Da werden manche Frauen neid, ich krabbe. Safe, safe. Ich kann es nur wiederholen. Wie immer, geiles Balken. Richtig geil. Oh, Servus! Bei den Schweinen, wenn es der Nico noch nicht erwähnt hat. Leider in den ersten Turn, ich bin gespannt. Ja, wird wild oder? Wird ein bisschen rutschig glaube ich, aber sehen wir ja gleich. Und ein bisschen mehr Beinarbeit, ein bisschen mehr Kleppen. Du hast ja gute Schenkel. Ja, ja. Ochse Schenkel, Hanni. Ochse Schenkel, gute Warte. Aber alles aus dem Hintern raus, die Krab. Immer schön, Druck auf die Fußrasten, gell, Kollege? Druck auf den Arsch. Druck auf den Arsch. Ich bin vor der Sack der Sitka. Ich bin der Arsch. Dürfein! Dürfe of Parenas? Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020